Die zu veräußernde Drei-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Mahl. Das 1974 erbaute Mehrparteienhaus wurde 2014 saniert. Die Wohnung befindet sich in der sechsten Etage und wird über eine Fernwärmezentralheizung beheizt. Das Haus hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer und einen Keller. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Die Wohnfläche der Etagenwohnung liegt bei ca. 70 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Wohnung beläuft sich auf 54.000 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.